Musik Ich habe keinen Stift. Musik Ich bin total aufgeregt. Es ist krass. Es ist mein erster Kinofilm und es ist total super. Es ist total aufregend und jetzt auch alle wiederzusehen. Alle Schauspieler wiederzusehen ist einfach genial. Die Entwicklung mitzuerleben ist toll. Poppig, humorvoll und unterhaltsam. Witzig, charmant, aber auch durchgeknallt. Ich finde den dritten Film jetzt eigentlich den schönsten, den rundesten, hat jetzt auch die Erfahrung mit allen und ist einfach eine wunderschöne Folge geworden. Ich glaube, dass der Film so ankommt, weil die Kinder so leidenschaftlich sind. Das ist aber eine süße Geschichte. Knack mich mal. Hi. Kleine Männer. Für die männlichen Rolle. Romeo und Julia. Es war eine großartige Erfahrung für mich, diesen Film zu drehen. Dafür bedanke ich mich. Ich fand die ganz toll und die Mädels waren super. Und ich fand der Film hatte auch richtig viel Action und so. Mit dem Spuk, das war auch richtig gruselig, dass es da gespukt hat. Ich fand ihn super. Gut, also es war sehr lustig auch, aber es war immer nicht mehr traurig, als sie dann geweint haben und gruselig. Das war so ein maler Job d poco. Alles zusammen. Yum. Ich war so ein Maler. Das war pud easy! Canally. und bin ich sehr, bis vorhin! Ich gehe jetzt zwar vorbei. Aus meinerajunタ c finde ich start.